Auf die Plätze! Fertig! 3, 5, 4, 5, 3, 2, 1 und dann! Musik Der muss nicht viel, das muss nur ein Stück sein. Aber dadurch, wenn die Hüfte mitgeht, geht der ganze Körper mit. Ganz langsam! Wir können das ganz langsam bilden. Spüren! Spüren! Schlagkampf! Kopf! Kopf! Und ich geh diagonal vom Mandel. Kopf! Kopf! Genau! Sehr gut! Versuch mal zu treffen! Einfach nur blocken! Nochmal! Das geht nur, wenn ich wirklich versuch den zu treffen! Ja? Verstanden! Und? Weil er mit der Hand nichts mehr machen kann! Merkt ihr das? Weil seine Schlaghand wird jetzt blockieren! Aber ich, ich hab für meine Führhand ausgeholt! Pass mal auf! Du kommst jetzt zu mir! Fumm! Und ich kann dann so anfangen! Das heißt, manche Boxer, die gehen an einen Mann! Und... Und dann haben die eine Übersäuerung! Erstens, die Konzentration ist weg! Meine Kraft ist weg! Ich kann nichts machen! Ich sag meinen Boxern immer, maximal drei, vier, fünf Schläge! Aber das ist wirklich das Maximale! Um vom Mann dann... BAM! 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 Wegzugehen! Dass ich wieder eine Phase habe, in der ich mich erholen kann! Gut, wenn er da so steht, dann haue ich natürlich noch zwei Mal drauf! Aber die Regel ist, nie mehr wie drei, vier oder maximal fünf Schläge, dass ich nicht in diesem anaeroben Laktaziden-Bereich komme! Fertig! Dimmst 40,000-Gロädelteen! BAM! Fertig! glandequüs amorten! BAM! 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 Auf dem Boden. Du noch deine Hände, buchlern! Wir gehen so schnell wie möglich wieder auf. Eins, zwei. Und wir gehen wieder runter. Oho, Puzzle. Und Puzzle. Das ist nicht schnell. Das ist nicht schnell. Komm, wir haben jetzt mal. Nein, ich fühle mich zu schwer. Das passt. Ach du, ey. Ich bin jetzt gleich im Spiel. Das passt genau. Weiß nicht. Das ist nicht schwer. Ich lasse dich nur von mir. Wo ist er? Ich habe es getrunken. Ich habe es getrunken. Ich habe es getrunken. Ich habe es getrunken. Wir kommen mit uns zusammen. Lass mich zu nehmen. Ich bin mir ein Trainer. Ich hänt sich für dich. Der sucht ründer. Alex, du bist mein Publikan. Ich mach nur neben dem Männerfoto. Böse, böse, böse. Böse, böse. Ich freue mich, dass ich heute mal hier sein durfte. Ich guck mal, ob ich vielleicht nochmal kommen darf. In jeder Zeit herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ganz tolles Team, ganz tolle Truppe. Und ich hab schon richtig Bock beim nächsten Mal wieder. Der Fadi wird mit uns bei der Vorbereitung für seinen nächsten Kampf und uns unterstützen. Natürlich, mit Luca. Luca, liebe Grüße an dich, mein Freund. Und Michael, alles Liebe. Mein Gegner ist Passo, wie du, Luca. Das Ding Passo ist sehr gut. Toll, danke schön. Oh, mein Freund, kommt nichts? Ja, Mann. Ah! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was soll ich sagen? Schön, dass ich den Fatima wieder sehe. Wenn ich den Fatima drei Wochen nicht gesehen habe, vermisse ich den. Dann müssen wir telefonieren. Ich bin tot müde. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Ich bin tot müde. Ich bin tot müde. Vielen Dank.